Die Ruinen Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was seine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Jetzt lass mich endlich in Ruhe!